So, nach ein paar Problemen beim letzten Mal mit dem... Äh... Moment, war ich hier? Ne, ich war da oben schon. Lol. Ah, ich höre ne Schnauze. Ich kann noch nicht beurteilen, wo sie ist. Ich höre sie nur. Mir scheint es fast, als wäre die hier irgendwie unter. Ähm, ja. Da unten sieht man genau, dass die Texturen irgendwie nicht genau übereinander gingen. Irgendwie. Äh... Wo ist die Schnauze? Ich höre sie doch. Aha. Ja. Also, auf jeden Fall war ich da oben schon, bei dem Hebel. Dings da. Da ist die Schnauze. Dann muss ich auf jeden Fall noch irgendwie hinkommen. So auf jeden Fall nicht. Gut. Erstmal muss ich jetzt wieder hier darüber. Ähm. Zack. Ähm. Darüber. So, hier rüber. Hier ist eh nichts drin, war klar. Autsch, Autsch, Autsch. Das tat weh. Das tat weh. Das tat richtig weh. Na ja. Okay. Und, dran drehen. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, ausverteidig ins Mikro gekommen. Sorry. Aber ernsthaft? Ah. Jetzt komme ich auch an die Schnauze, weil alles zugefroren ist. Das ist ne... Ah, komm. Ähm. Nummer eins. Geht. Stem. Ey. Mann. Drecksbiester. Verdammt, ist zu warm geworden. So. Oh, da muss ich hin. Da muss ich hin. Schnell. Ja. HP. Schön. So. So. So stirbst du jetzt auch. Schön. Wow. Das war knapp. T-Kanne stirbt. Los. Tot. Meine Schnauze da. Oh, nur eine Flasche, aber immerhin etwas. Stirb. Haha. Ist noch mehr hier unten. Ich mag die Musik total. Ähm. In der Hoffnung, dass hier unten noch was ist aus... Wasen hier unten noch was ist. Ja, die beiden... Wasen hier. Wie auch immer die da unten sein können. So. Oh, du Scheiße. Das war halt ziemlich doof, so nah an den Rand zu gehen. Fail. Das war eine Fail-Aktion. Jetzt lebt das ganze Drück auch wieder. Käse, Mann. Aber ich wollte es ja auf Weibdrom spielen. Ich habe es ja drauf angelegt. Okay. Nochmal im Kreis springen hier. Jetzt weiß ich ja, wo die Schnauze ist und muss da nicht nochmal hin. Gucken. So. Ja, da muss ich hin. Woho. Spiel sagt mir Sachen, die ich schon weiß. Geh nach oben. Zack. Oh, das war schon knapp. Schnell hier rüber. Schnell da. Rüber. Oh, Mann. Zweimal das gleiche passiert so ungefähr. Drehen. Was kommen da oben die Viecher? Die Schraubbällen. Und. Stirb. Abkühlen lassen. So, Nummer eins ist kaputt. Jetzt tippen wir erstmal die Viecher. So. Wollen wir das zerstören? Diesmal sind es nur Zähne. Egal. Trotzdem dahin. Na los. Ihr beiden seid tot. Wo sind die anderen Gegner? Moment mal, wo kommst du denn her? So. Ohne Witz. Warum sind die diesem andere Gegner da? So, die Flasche glännt gleich. Stirb. Da kommt noch einer. Los. Kommt hier unten noch was? Also, dass oben bestimmt dieser fette sein wird. Da bin ich ziemlich sicher. Und hier unten? Ist gar nichts mehr. Alter, hatte ich ja nicht meine Chance. Nee. Oh Gott, oh Gott. Ah. Du wirst deine Bälle. Ey. Du sollst den Kugeln werfen. Na los. Na los. noch ein das wie ist ohne fitzen mann ich weiß nicht mehr wie ich das letztes mal besiegt habe Wo ich das kennengelernt habe. Ohne Witz. In der Hoffnung, dass da vielleicht mal was drin sein könnte. Wow. Da steht ja immer die Möglichkeit. Echt mal, wie können diese Vasen nur so in der Lava überleben, aber... Na egal. Sollte ich nicht hinterfragen. Sollte ich mal warte ich? Und... Ja, komm. Ich hab' ich schon gewartet und treff' das immer noch. Oh. So ein Scheiß. Ja, los. Echt mal, wie hab' ich den letztes Mal besiegt, den Pisser? Ich hab' keine Ahnung. Hey, ist wieder diese Sequenz. Jetzt kommen wieder die beiden... Schraubillenneste da oben. Heiß gelaufen. Und... Geht alles sterben. Und... So. Dann noch das nächste. Heiß gelaufen, verdammt. Und runter hier. Und zack. So. Stürm. Danke. Da kommt doch eh gleich hier unten noch einer. Mindestens. Ja, sag' ich doch. Stürb. Das hier unten ist ja gar kein Problem, nur das Vieh da oben. Nervt. Gewaltig. Oh, noch einer. Und. Gib mir die Flasche. So. Jetzt muss ich wieder zu dem Typen da oben. Was hat er denn jetzt gemacht? Mann, du Wichser. Mann, du Wichser. Echt mal. Was war das für ein Angriff, wo ich das erste Mal Schaden genommen hab? Na. Er... Hätte ja klappen können. Hätte. Wenn und aber. Boah. So eine Scheiße. So. Standbild. Vor so bin. Warum auch immer die zwischendurch auftreten, ich weiß es nicht. Vor allem ist ja mal eine Zeit lang gut und mal eine Zeit lang total für den Arsch. So. Mal ohne Schaden da durchgekommen. Und dann ist ja auch kein... Rosending drin. Ja. Nehme ich Schaden krieg' ich HP. Nehme ich keinen Schaden krieg' ich keine HP. Jetzt... Boah, das ist doch... Ne Verarsche? Ohne Witz. Ohne Witz. So. So. Zu warm gelaufen. So. Nummer eins. Geht wieder nachsnerven. So. Das ist immer der Pisser da rum. Jetzt ist da wieder Nest. Ja. Hm. So. Das ist so nervig. ohne witz okay bis der hier ist habe ich das so tot kommt hier unten noch was ich kann das ja mal nicht einschätzen ohne witz ohne witz gott gott Oh, enter. Geh, sterben. I don't like you. Boah. Schade. Maaan. Oh, ohne Witz. Der Kerl regt einen auf. Oder hat einen aufgeregt. So. Denk dran, Alice. Verdamme nicht Dunkelheit und Kälte, wenn du nachts in der Bibliothek bist. So. Jetzt geht's mal weiter. Boah. Schenke der Katze Beachtung. Sie bietet guten Rat. Ja, ich schenke der immer Beachtung, wenn sie da ist. Ähm, warum... Was ist Alice selber? Gut, ist hier irgendwas? Ähm, nein, auf jeden Fall. Hier geht's beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin kein Indiana Jones. Und wir brauchen die Hure. Und wir brauchen die Hure. Tampfl«. Untertitelung des ZDF, 2020